ja Leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play heute sind wir in City Car Driving und fahren einen Volkswagen Bora dieses Fahrzeug finde ich ansichts Reise relativ gut auch vom Ganzen Interieur und 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 Diesel mal und ja jetzt starten wir mal mit dem Let's Play so da ein Diesel ist muss ich Schatten noch lernen so wie ich jetzt gerade fahre ich weiß nicht haben wir einen von Vogels und der hat auch 95 50 bis 50 25 50 das weiß ich nicht auch Diesel und ich glaube nicht dass das langsam wäre ich weiß nicht aber mein Vater hat Pusho 5.8 gehabt das ist scheiße auf jeden Fall hat mein Vater mal 5.8 Pusho gehabt und der hat Diesel gehabt und ich weiß der hat zwischen 1 und 2 geschaltet und der ist abgegangen wie eine Rakete und so ist man weiß schon also das sind schon Sachen wo immer die Energie muss nicht sein außerdem finde ich es schlecht an diesem Mod dass er gleich quietscht dass es so rutscht weil ich meine es ist wenn ich langsam wegfahre und dann also ist schon ziemlich quietschig normalerweise kann man einen Diesel nie so weit zu treten also man kann aber man macht es gewöhnlicherweise nicht da es extrem sinnlos wäre weil und ja ja wir fahren hier so wie mit den von mir kre... kre... serwischen Luhanschildern und ja so da muss man sich da schleichen ich hoffe jetzt da... ach ne ne jetzt bräuchten wir noch einen Gang oder was? ah das ist die Polizei oh Mensch das hasse ich an dem Fahrzeug einfach nur ja ne mach gleich mit Vollbrand voll Spaß ja 145 werden wir jetzt in Österreich werden jetzt in Österreich noch äh zulässig zugelassen ja deshalb fahre ich auch immer 145 oder eben langsamer das ist so schön wenn ich eine auf die Mittelspur schleichen würde dann geht kein... ja sorry ne fahr doch jetzt meine Fresse das ist kein Standstreifen ne die Mittelspur ist kein Standstreifen ach jetzt bin ich aber schon ziemlich schnell meine Fresse ja sorry sorry ich bin ein bisschen erkältet aber naja ich glaub sollte man bei der Jahreszeit verstehen können mein Herzet nervt mich grad irrsinnig denn naja ich weiß ja nicht ob ihr es so gerne habt aber das Kabel bleib auf deine scheiß Sprein bleib auf deine scheiß Sprein das juckt und kitzelt also ich weiß ja nicht aber das Auto sollte eigentlich zu 40 gehen und ich probier das jetzt auch gleich nachher zurückfahren aber naja so scheiße ach ne scheiß fahr weiter das ist noch keines ja nö ich schneide doch gleich drei Spuren also ich bin jetzt schon fast an der höchsten dritte glaub nicht dass der zu 40 geht oh mensch 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 ja ähm na wie gesagt fünfter gang da müssen wir auch bei einem Diesel runter schalten da geht dann wieder danke 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 sicher we don't talk anymore Mensch ich hätte jetzt Lust auf den Song wirst du mal wohl ach okay ich komme hier sowieso nicht verwärts bei dich hole ich mal scheiß jetzt rutsche ich da noch rüber bei Sorry Hello darkness Äh meine Frise Ich will da mal vielleicht suchen Ah scheiße Ah Dashcam Mode Rundfälle werden live aufgenommen Dashcam So hier brauchen wir ja Fernlicht Ja heute kann ich nicht so gut fahren denn mein Auge brennt wie Sau Weil der Wagen rutscht mal im Hintergrund Das ist Das ist Das ist Wenn man das so viel einlängter Längter Wie Präzisionsgewehr Die Künze ja auch lenken Von äh keine Ahnung Von einem Turm richtig genau runter Wollt ihr da ist auch so präzise Länges und fährt ja auch gleich so nicht gerade aus L im Spiel haben wir schon ziemlich großes Spiel und Ich gehe nachher glaube ich auch noch Schauen was in Rotterdam los ist Allerdings haben wir schon 18 und 22 Und Da ist es schwer reinzukommen denn die Warteschleifen sind da immer nicht allzu klein Das ist so scheiße dass die Karte nur 5 Gege hat Ich weiß ja Ach das bekommt noch ein SMS Das ist toll Du schneidest Ja Ne Eigene Google Plus Benachrichtigung So Meine Fresse Das mich jetzt erschreckt T S Das ist Ah ok Ähm Toll Ach ne weißt du was Vollgas Wenn ich jetzt schneide ist Tod Ich glaube nicht dass der Wagen schneller als 160 gehen würde Der Ich will es jetzt aber nicht auf die Wahl Ach ne komm Oh Mensch Statt wer so ein richtig toller Trifter Ne doch hätte ich gegen so einen Wecktor keine Chance Ich meine Och Mensch Einmal sagst du fast Ich hab keinen Unfall gebaut Daddy So passiere Ich hab keinen Unfall gebaut So passiere Ja 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 Der Ausflug Geht alles schön gut aus Zurück Na Und 10 Meter von 10 glaube ich Verlust Motorradschen drauf so Eine Stunde Zeitverlust haben denn Bis die Polizei kommt und bla 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 Und naja ich Ich war ihm auch mit Achso ne scheiße Und ich wollte eigentlich nach links schauen und um die Hube geht Sorry Ich fahre eigentlich gerade aus Und dann waren wir so Ich bin nicht gerne Ich bin zu sagen Meine Güte Haben wir das jetzt neu gemacht Und Da hat uns noch fahren lassen vor allem weißt Der Deutsche noch ja fährt 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 Und dann Das war so ne Das war eigentlich schon ne Zwei Richtung So eine Spur wo man in zwei Richtungen fahren kann Also es hat immer nur ein Auto durchgepasst Wir hätten ja nicht fahren gehabt Eine liebe Ähm Volkswagen Kettifahrer Muss uns ja unbedingt den Fahrer nehmen Und dadurch fahren So dass wir eine Vollkontrolle Machten Und Dadurch fuhr auch der Motorradfahrer in uns hinein Denn er Dachte ja Wer würde denn fahren Eigentlich konnten Jo Leute Ich hoffe euch hat es gefallen Ab und da lassen auf jeden Fall Abonnieren Mod gibt es in der Beschreibung zum Herunterladen Und ja Liken und abonnieren eben Und dann Schaut ihr euch noch mein Super tolles Intro an Tschüss bis zum nächsten Mal